Aller Anfang ist schwer und gerade der Einstieg in Assetto Corsa und in den Modding-Bereich, das ist keine einfache Aufgabe. Und ich stelle mir da relativ häufig sehr, sehr viele Fragen, die ich dann beantworten soll und häufig tun die sich dann auch doppeln, diese Fragen, weshalb ich die meistgestellten heute für euch mal zusammengefügt habe zu einer kleinen Liste. Und wir gehen jetzt einfach mal durch mit den brennendsten Fragen zu Assetto Corsa. Los geht's! Lohnt sich die Ultimate Edition? Ja! Die Ultimate Edition, die lohnt sich auf jeden Fall und das ist egal, ob ihr Assetto Corsa schon gekauft habt oder nicht, weil in der Ultimate Edition sind alle DLCs beinhaltet. Das heißt, ihr könnt natürlich jetzt auch hingehen und euch alle DLCs nochmal extra kaufen und installieren, aber das wird am Ende teurer sein, als wenn ihr euch die Ultimate Edition kauft. Und nein, ich rede nicht von dem Preis auf Steam, sondern ich rede von dem Preis über Key-Seller und sowas wie G2A.com oder MMOGA.com. Da könnt ihr euch die Ultimate Edition schon für unter 10 Euro holen und die lohnt sich auf jeden Fall. Denn die Wagen in den DLCs, die sind nicht nur besonders gut, sondern sie sind auch oft der Grundstein, auf dem Mods aufgebaut sind. Ja, also wenn ihr die DLC-Fahrzeuge nicht habt, könnt ihr auch die Mods dann nicht benutzen. Und häufig gibt's auch Rennen, wo dann eben ein Fahrzeug aus den DLCs ein Mod-Pack vervollständigt. Das heißt, das Auto würde euch auch fehlen und ihr seid automatisch ausgeschlossen von diesem, ja, Online-Rennen, weshalb ihr euch unbedingt die Ultimate Edition holen solltet. Wo kann man sich Mods runterladen? Es gibt extrem viele Seiten, wo ihr euch sehr, sehr gute Mods runterladen könnt. Einige davon findet ihr jetzt oben rechts im verlinkten Video. Es gibt noch mehr Videos auf meinem Channel, wo ihr Mods finden könnt. Stöbert da gerne ein bisschen. Es gibt sehr gute Mod-Listen. Es gibt sehr gute Teams, die auch Paid-Mods anbieten. Alles dazu findet ihr auf dem Channel, wie gesagt, oben verlinkt. Habe ich euch mal ein paar Sachen jetzt davon. Was ihr euch auf jeden Fall holen solltet, ist eine Race-Department-Account. Hä? Ist Race-Department nicht kostenpflichtig? Nee. Race-Department ist und bleibt immer noch kostenlos. Ihr braucht einen Account, um dort Mods runterladen zu können. Ja, aber den kann man kostenlos erstellen. Die ist bloß ein bisschen versteckt. Ihr geht auf Registrieren und dann müsst ihr ganz runter scrollen und dann müsst ihr auf hier klicken. Und dann könnt ihr euch auch kostenlosen Account machen. Versprochen. Wie installiert man Mods? Auch dazu gibt es ein etwas älteres, aber immer noch funktionierendes Video, wie ihr Mods in Assetto Corsa installieren könnt. In erster Linie ladet ihr euch entweder eine ZIP-Datei oder RAR-Datei oder was auch immer, Datei von irgendeiner Webseite runter. Dann zieht ihr die einfach in den Content Manager rein, drückt oben auf die drei Punkte und dann auf Installieren. Wird im Video nochmal genauer erklärt. Es geht aber noch viel einfacher, wenn ihr einen Download-Link habt, zum Beispiel von Share-Mods oder von Google Drive, whatever. Dann könnt ihr den Link auch einfach kopieren, also die URL. Und dann dran steht www.blablabla. Das könnt ihr kopieren. Und dann geht ihr in den Content Manager rein und drückt STRG-V. Dann könnt ihr auch wieder oben auf die drei Punkte. Braucht ihr dann nur noch auf Installieren klicken, wenn es dann fertig runtergeladen ist und schon geht's ab. Gibt's eigentlich auch Mods auf PS4 oder auf der Xbox? Nee. Modding ist immer noch PC-Horheitsgebiet. Also wenn ihr ein Konsolen-Gamer seid, tut mir wirklich leid. Keine Mods auf der Konsole. Den ganzen Spaß haben leider nur wir PC-Spieler. Welche Mods brauche ich eigentlich? Gibt's da irgendwelche, die ich mir unbedingt holen muss? Ja, es gibt einige Mods, die ihr euch auf jeden Fall holen solltet. Und die allererste heißt Content Manager. Das ist ein Programm, das diese ganzen altbackenen Menüs von Assetto Corsa loswird und euch einen sehr gestreamlinden Manager zur Verfügung stellt, indem ihr eure ganzen Mods und auch Fahrzeuge aus dem Spiel, Strecken etc. und sonstige Modifikationen managen könnt. Und der Content Manager ist deshalb auch so wichtig, weil er es euch ermöglicht, den Custom Shaders Patch einfach so runterzuladen. Den kann ich euch auch nur empfehlen, Custom Shaders Patch über den Content Manager direkt zu ziehen. Und Sol ist auch eine sehr wichtige Mod, auch kostenlos. Die bringt euch dann die ganzen Wetter-Presets. Nicht den Regen, den bringt der Custom Shaders Patch, aber die Wolken dazu. Also die verschiedenen Presets wie Nebel, Bewölkt, Sonnig etc. Das kommt dann alles über Sol. Auch Tag-Nacht-Wechsel kommt über Sol. Und wenn ihr das euch alles holen wollt, habe ich euch jetzt oben rechts auch wieder ein Video verlinkt. Da wird das alles erklärt, wie man das installiert. Ist der Regen in Assetto Corsa kostenlos? Kann man sich das kostenlos holen? Ne. Regen in Assetto Corsa ist nicht kostenlos. Was ihr kostenlos bekommt, ist quasi, dass es blitzt und donnert, dass Regentropfen auf die Scheibe fallen, die ihr dann auch mit den Scheinwerfern verschmieren könnt. Das ist kostenlos, aber der Regenfall auf der Strecke und auch die Extended Physics, das ist eben nicht kostenlos. Wenn ihr das haben wollt, dann müsst ihr euch die Patreon-Version des Custom Shaders Patch holen. Elia Yusupov heißt der Schöpfer XFap. Ist, glaube ich, sein Patreon-Account. Habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr für bereits einen Euro pro Monat euch die immer neueste Custom Shaders Patch-Version holen. Was ist jetzt mit Assetto-Land? Ja, 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 chillt mal, Assetto-Land. Ich habe da schon zwei Videos zu gemacht. Ist so eine Mod-Seite, wo sehr übersichtlich Mods aufgelistet werden. Nicht alle gut, also bei weitem nicht. Viele der Mods auf Assetto-Land sind richtige Grütze, aber es ist halt cool strukturiert und man kann sich da einiges runterladen. Und ja, die originale Assetto-Land-Seite, die war down. Dann war es Assetto-Land.net, die ist jetzt auch down. Und jetzt ist es die alte Seite wieder, die wieder funktioniert. Deswegen auch hier rechts oben Video. Checkt das gerne aus, Assetto-Land. Wie kann ich mit Freunden zusammenspielen? Das ist tricky. Wenn ihr einen Server aufsetzen wollt, ist das wirklich nicht einfach. Nicht jeder kann einen Server aufsetzen, weil ihr müsst Zugang auf euren Router haben. Ihr müsst Port Forwarding aktivieren können und allgemein euch ein bisschen reinfuchsen in das ganze Thema mit Server aufsetzen. Ich persönlich kann das nicht. Ich habe sehr gute Freunde, die mir dabei helfen, für unsere Community rennenden Server zu pflegen. Und wir haben sogar einen Remote-Server, also quasi einen bezahlten Serverplatz, wo wir über so ein Tool einfach den Server fernsteuern können. Wenn ihr aber einen Server aufsetzen wollt, würde ich euch einfach mal empfehlen, schaut euch ein paar Tutorials auf YouTube an, gibt es bestimmt das eine oder andere. Oder kommt zu uns auf Discord, auch da Link unten in der Videobeschreibung. Und fragt doch einfach mal im Technik-Channel nach, ob euch jemand erklären kann, wie man einen Server aufsetzt. Wir haben da auf jeden Fall ein, zwei Leute, die euch helfen könnten. Wenn sie wollen. Gibt es eigentlich auch Mods in ACC? So, das ist die letzte Frage für heute. Und nein, es gibt keine Mods in ACC. Ja, beide Spiele sind von Kuno Simulationi, aber Assetto Corsa ist das ältere Spiel, das Mod-Support hat. Und Assetto Corsa Competizione hat keinen Mod-Support. Kann es auch nicht sein, weil es ein offiziell lizenziertes Produkt ist, der GT World Challenge, also dieser GT3-Liga, die es auch in echt gibt. Und deswegen zockt Assetto Corsa. Wie gesagt, Ultimate Edition für unter 10 Euro holen bei einem Keyseller. Und da könnt ihr so viel Spaß mit haben. Lohnt sich auf jeden Fall, auch wenn ihr bisher nur ACC gespielt habt. So, und das war es dann schon. Einfache Fragen, einfache Antworten. Ich hoffe, euch hat es geholfen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like da. Schreibt mir noch gerne andere Fragen unten in die Kommentare, falls noch was euch auf der Seele brennt. Und ansonsten war es das schon wieder für heute. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Und denkt immer daran, ihr seid alle Champions. Ciao!